Musik 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 Also lebt ihr den Damm Ja Ich schläft die Erfahrungen Allergarische Grauturme Musik Wolle ich den guten Loot Töten vor allem So willst du es ja sehen Dann ist noch die Kollegin von mir gekommen der Schlösser unbedingt etwas von ihr wollte oder Schlösser die von jeder etwas Ja das ist ja so Ich bin aufpassen Ich bin sehr mit den Kindern Ich bin sehr gespannt Jalla Die Luz Hm Du bist richtig alleine hier Als erstes wir gehen richtig rein jetzt Ahja Da bin ich mich Muss ich rein kommen Ich habe es laut Jetzt werde ich dir nachher suchen Ich gehe bis ins Bett Ich werde die Hütte ersuchen Die Hütte Die Hütte Die Hütte Die Hütte Die Hütte Die Hütte Wer soll es denn Ah ich habe gesehen Er stehe in der Nacht Ich hab's nicht richtig rumgestohnt, wenn ich dicht ist. Wer? Wer? Nico. Wo sind wir? Ich muss nur eine grösche Vorsicht geben. Der Nachbar gesagt. Ah ja, Marco schaut so im Stream. Ere. Falkenjäger. Nico, Nico, Nico. Nein, aktuell ist nur ein. Juhu rum. Okay. Der Röte ist richtig ab, bis dann so wie es ist. Die ganze Gestalt da vorbei haust du im Fenster. Ich soll gar nicht abdrücken, aber sie laufen schnell. Bleib mal stehen, du Röte. Macht mir nicht Angst, Bruder. Oh, der Drecksau, bleib doch mal stehen, Mann. Der ist ja richtig weggezogen, ich sehe schon. Oh, ich bin gleich bei dir. Hinter dir. Ich sehe, ja, eine Karte. Ich sehe. Ich sehe. Wie soll es in einer Hütte sein? Ah, SKS. Nicht bei Stollen. Hier in der Hütte geht es richtig ab. Fürs, ja. Oder in der Hütte. Hier in der Hütte. Oh, ich sehe einen. Ich glaube. Vielleicht ist es ein Grafikpack. Ich kann so mein Bildschirm mal putzen. Für die Sachen, die gar nicht rum sind. Richtig Miner, Achtung. Richtig Miner Tür. Ich pushe jetzt gerade noch nicht hinein, Digga. Schauen wir das zuerst mal an von weitem. Oh ja, Gegner bei mir. Die kann man markieren. Sonsten Gegner. Nein, da. Hat jetzt, hat jetzt. Oh. Oh. Ich kann das Geräusch sehen. Ich komme jetzt mal zu dir. Ja. Wir reden. Wenn alles safe ist, kann ich auch. Kein Problem. Ja. 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 Da noch etwas hast du alles genommen. Da ist noch Thompson drin, aber es ist nichts. Ja, das ist für mich gut. Ich kann ja nichts. Noch nicht viel. Die verdammt Arschlöcher da drin. Wo ist es noch rein gegangen? Nein. Ich hatte ein bisschen Dorfheit. Ich kann ja nichts mehr. Seid oben. Seid oben. Man kommt ja wieder auf, wo er versteckt. Ah ja, Luca. Eissen Sie doch einmal auf diesen LRG Destroyer. Ja, mache ich gerne. Da ist noch eine Ratte mehr in der Hure Drecksröte drinnen. shei. hei. ja, ich war voll drauf gewesen. Da müssen Sie recht难 skippen. Ich kann es klippen. Nein. Hier. Ich gehe noch etwas nicht dentro Safe. aufgenommen. Bin ich jetzt Solo unterwegs? Oh! Oh, was? Hä? Hat er mich jetzt durchs Fenster genommen? Ein Sweezy natürlich. Natürlich ist ein deutsches Sweezy. Gegner verlassen. Okay. Schade. Aber ich kenne mich halt noch nie aus. 5 second kill. Bist du ready, Sershi? Ja, ja. Ich kenne mich nicht mit. Wie geht es mit Migor? Migor, 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 ja. Abwurfzone. Was gibt es jetzt für Loot Drops? Ja, kommt etwa 10 Minuten oder so. 10 Minuten, ja. Es gibt jetzt eigentlich ein Zeitlimit, wie lange man Zeit hat zum Looten und Killen zu machen. Wir müssen schon, glaube ich, nach 15, 20 Minuten. Ja, super. So, wie ist das? Ja, der Drop kommt. Ja, der Drop kommt. Ja, ich kann jetzt gehen. Okay. Ja, 10. Redaktivität heisst es. Ah, ja. Ja. Ja, aber wenn du wirst, was abgeht, musst du zu den Dings-Plätzen gehen. Eben so oder so. Da geht es richtig. Da schreie ich schon am meisten. Ja, klar. Ja. Ja, genau. Ah, ja. Ja. Ja... Ja, ja. Ja... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, und du kannst während der Elimination, Du kannst dann nicht deine Dinge auflöbeln, deine... Das ist eben Mischung, glaube ich, richtig. Es ist ja wichtig, dass du die Baupläne hast, aber es ist wichtig auch, dass du deinen Unterschlupf auflöbeln kannst. Was meinst du? Ja, wichtig, dass du reichst. Säschi, du bräuchst eine Waffe, oder? Wenn ich eine finde. Ja, ja. Einfach deswegen, wenn ich etwas hole, nehme ich es mit. Hast du keine Klausnäse dabei? Keine Waffe, keine Waffe. Ja, kann ich nicht. Das ist eben hart im Nehmen. Wo? Vorne wird die Uhr gemeldet. Darf ich wo? Vorne nehmen. Schau, ich habe einen Dink, es ist ein mobiler Radar. Ja, wäre er. Ein mobiler Radar? Hier ist einer. Ganz viel. Ja, ganz viel. Ja. Das Signal können wir auch noch einschalten, sonst... Wir sind alle auf der Map. Wir sind alle auf der Map. Ja, wir sind alle auf der Map. Wir sind alle auf der Map. Ich brauche ein Weapon, eigentlich. Also, hier. Wir sind auch da. Miej? Wir sind alle auf der Map. Man sieht recht. Das Name ist gleich Staub. Oh ja. Keil, das ist gar nichts. Ich muss das Bild haben, das ich geschickt habe. Schenkelklopfer. Schenkelklopfer. Haha. Ich bin echt verletzt. Ja, aber schön. Ich bin echt verletzt. Ich bin echt verletzt, ja, Aune. Nein. Fifergast, nein? Hey, nicht vergessen. Kann ich mitnehmen. Ich gehe zu schick. Siehst du, ich gehe aufs eigene Faust rauten. Mhmm. Ich bin gefährlich nur mit der Faust. Und einfach keine Waffe. Einfach keine Waffe. Der Flowrider hat 3 Euro... Ah nein, 3.43 Dollar. Also Luca wahrscheinlich. Der Flowrider? Der Flowrider? Der Flowrider? Der Flowrider? Ja. 3 Euro 3 Euro. 3 Dollar... Oh, tschüssi. Okay, ich bin tot. Nooooooo. Der Flowrider. Der Flowrider? Der alle recht. Der Flowrider? Thank you very much, Flowrider. Flowrider has left a tipping message. But I don't see the tipping message. He told me so. He told me so. But where can I see this? Ihr habt Quinta in Floraida oder nicht? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß nicht. Schauen wir mal etwas, ich bin ein bisschen im Höhepunkt. Das ist gar nicht gut. Ich habe wirklich nicht gebeten, Luca. Ja. Was ist der Floraida? Ah, hier ist der Luca, der Floraida. Ah, bist du escaped? Ja. Ja, ich bin escaped, ja. Mit den Gegnern zusammen. Valhalla, Valhalla ist er gegangen. Valhalla escaped. Escaped, ja, escaped. Ich bin ja entkommen, da bin ich ja wieder. Von Tarkov, ja. Da bin ich ja wieder. Ich würde sagen, du nimmst diesmal Waffen mit. Ja. Ausnahmsweise. Haben wir nicht, dass es zur Gewohnheit wird. Drei Waffen. Jo. Jetzt. Drei Waffen. Wir müssen ja nicht immer gleich dreiseklen. Was mich tatsächlich orientieren an, so, you know. Nicht dreiseklen, kannst du nicht dreiseklen? Ja, ich bin auch ein bisschen dreiseklen, aber nicht direkt. Da kannst du uns ableinen. Ja, aber jetzt mach auch ja, Alui. Ja, Radar. Ja, Radar. Ja. 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 Jetzt müssen wir richtig schauen, ob es schon zehn ist. Ja, ich bin ja nicht. Jens, Familiengarten entdeckt. Was? Was erlebt er? Definitiv. Ja. Ich muss dir ein bisschen liegen. Sieh das einfach, gell. Ich nehme alles mit. Eure Eure Eure. Seid ihr, du sagst so wie es ist, Colin ist noch AK drinnen. Ich habe Angst, dass ich abgelehnt habe. Oh, ich sage dir, wie es ist. Ja, ich sehe es. Nein, ich auch. Was? Er hat einen Schatz gefunden im Boden. Was? Da gibt es einfach so random im Boden, Schatz. Ja. Ja, es gibt so zwei Spots. Ich kann mal eine Blendegranate nehmen. Jetzt noch Blendegranate nehmen. Was? Möchtest du hierher bekommen? Ich werde die Blendegranate mal ausprobieren. Hahaha. Ich sehe, ich schaue, ob das funktioniert. Dreadling Fire, weißt du, ist richtig an Gering schiessen. Dann sind wir richtig geblendet. Dann werden wir noch down. Ich habe richtig Koffein reingejagt, habe ich mir. Weißt du? Ja. Lass mich schon spüren. Lass mich noch auf Hauen legen, ich droppe. Wenn ich nicht, hast du mal? Zeig, Sprengfallen. Ich droppe, ich droppe. Ich weiß nicht, was wir machen, aber das ist cool. Gut ziehen. Ja. Ja, weißt du nicht. Boss-Play spielen? Keine Ahnung. Das weiss ich leider nicht, tut mir leid. Was ist hier passiert? Ich habe gar nichts mitbekommen, was wir gemacht haben. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Okay. Ah ja, da sehe ich den Safe. Das sieht man ja sogar. Gering. Unentdeckt. Wir sind was da unten. Ja, aber jetzt ist es ziemlich schnell auf, vielleicht sind wir richtig alt. Ah, sorry. Ah, sorry. Ich habe den Controller abgelegt, schnell. Zu viel neu. Wir müssen ihn im Auge reiben. Ja, ich habe den richtigen Test drin. Ist das hier die Schnurrenkitte dran? Nein, nein, nein. Nichts. Das Brennfall rein, da. Höh. Easy XP, Boys. Ich muss nur das Zeug holen. Ich bin ja nicht so schlecht, oder? Ich weiß es mal. Du siehst mal. Du siehst mal, wenn du den Abstand findest. Ähm, du siehst so, wie sie ist. Jetzt sind wir den, den, den verdähtig, den Grab, den, den, den. Ich verstecke nicht mehr. Ich habe kein Studium gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Ich muss wissen, was es ist. Hier, hier kannst du graben. Legend Returns, wenn du ihn brauchst. Also es steht, dass man graben kann. Eigentlich ist es so gedacht, dass du das Foto finden kannst im Haus. Du hast eben ein Foto, wo die Sachen markiert sind, aber es gibt echt 10 Spots. Ja, wo eben zwei verschiedene Spots sind. Wenn du alles auswendig lernst, kannst du eigentlich immer graben und manchmal triffst du es. Also ist das so eine, you know? Oder Alarm? Ah, das ist der Auto Alarm, ok. Das ist, wenn du ein Auto öffnest, kannst du manchmal, random, und manchmal hornen. Ich bin bald, ich hab's verpasst. Und nicht wie in der Richtung kannst du das Auto knacken, weißt du? Nein, ja. Du bist ein wenig alleine. Und was? Und was? Ich bin nicht ganz verstanden. Weißt du, du bist nicht so gut wie in der Richtung und dann kannst du das Auto nicht so gut knacken, dann gibt's Alarm heute. Man, du bist in so einer Drecksentuck drinnen und leiden wir in die Gaben reinlaufen, wirst du auch nicht zu denken. Ich weiß, wenn ich mich mal auf dem Laufen halte, ich lebe immer rum, ich verstehe nie, was ich mache. Ah, wild, wild. Wir sind ein wenig rumlaufen. Ja, aber ich mache nichts, ob es aktivieren und keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Aktivieren? Das Telefon abnehmen? Ja, ich habe gesehen, wieso nehme ich das Telefon ab? Und es ruft. Ah, ja. Nein, wenn du es abnimmst, dann sehen wir die anderen, die... Nein, nein, lieber nicht abnehmen. Es ruft, wenn irgendjemand schon am nahen Spot das Telefon drückt. Wenn du drückst, dann siehst du, was ich aktiviere. Und... Er sieht dann quasi, was du abgenommen hast. Owen? Hm? Ich habe das Auto gefunden. Was? Ich habe das Auto gefunden. Wo? Siehst du nicht? Nein, im Panzer. Mann. Wir- limb? Wir hab das erst mal zu viel mit Lüte Military druk gewonnen vom Panzer. Ich hab das morgen weiß. Ah ja. Ja. Wir fahren schnell da rauf. Checkt euchHHHH. bleiben dann Rückmarsch... Ich bin richtig im Busch. Ach, das pennen jetzt die... Ja. Oh, mach keine Augen. Ja, mach keine Augen. Okay, wäre auch noch ein Spot zum Graben, aber ist jetzt eh nicht drin. Okay. Hild! Leeg. Wann ist so ein Leeg? Spass. Nichts ausgenommen. Nichts ausgenommen. Hier ist er. Du bist jetzt Schatz, kannst du gönnen. Direk, du nimmst alles raus. Ja, ja. Noch Platz für alles, rosierte Mine und Blankgranaten zu sehen. Also, Ehre, Merci. Wackt. Ja. Ja, ich würde schon sagen. Doch, du kannst es durchziehen, Sashi. Hier oben. Immer. Zum Ping. Ja, ja. Die Ausgänge sind immer am gleichen Punkt. Ah, ja. Seid ihr bereit? Ja. Ich weiß keine Fabrik. Steine im Roadtest. Keine solle Waffe dabei bei mir, ja. Ich glaube sie laden einfach nicht. Ehe. Ich bin schon wieder Sashi ohne Waffe. Ich habe das Team ohne Waffe. Die anderen nur ein bisschen dabei. Ja. Schaftig, schmaftig. Bei dir trotzdem. Wenn es alles richtig leise ist. Ehre. Booster rein. Booster. 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 Ah doch, kann man auch am Handy rumschwingen mit dem Bannhammer. Aha. Und schau mal. Ehre. Ehe. 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 Vielleicht ist das jetzt auch aktiv? Ja. Ehe. 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 Oh mein Gott, schau mal wie nachher vom Tresor ist. Noch nie so nachher gespawnt am Tresor. Weck reingehen soll. Direkt. Ja, bei dem Tresor musst du raus. Also zwei Schalter aktivieren und dann kannst du es schnell aufschwürfen. Super super. Also back schon mal, Owen. Ja, das ist back Owen. Du stehst viel Luft bei mir. Ja, das ist back Owen. Du stehst viel Luft bei mir. Jetzt. Ah, jetzt. Ah, wieder. Jodel. Ah ja. Das ist doch eine goldige Schiff, oder? Ah, aber jodel, oder? Das ist ja. Hm? Ja. 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 Das ist gerade ein bisschen romantisch gekommen. Ja ja. Das ist ja nicht schenk's, was ich gemacht habe. Ja. 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 Expectation ist aber eingetroffen, beim SNATZ nicht. Warum hat man das SNATZ nicht mit der Neue am Start? Melanie. Ja, von Bumble, das dritte Date hatte. Ah ja. Ist ja richtig aktiv, der SNATZ. Ich komme zu wissen. Ja, jetzt sind wir unten durch. Ja, dann klebt sie ein Date nach dem anderen. Ja, wirklich. Wir haben eine Runde Elimination, oder? Ja. Ja. Wir sind. Ah, geht los, geht los. Ah, witz, witz, witz. Denz-Map. Wir spielen lieber... Shotgun. Ah ja, und Donner. Alle die Donner. Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Schöne mal einen. Ich sehe zwei. Drei, ich sehe zwei. Ich hänge auf dem Schiff. Ah, die Schiff. Wirklich? Ich bin jetzt ins Wasser gegangen. Nein. Wer ist der da? Der Donner. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh, da sind zwei Leute, Digga. Ja. 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 Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Da ist sie da vorne. Da vorne. Schön. Ich muss runter. Bortos. Ja. Yalla. Zwei, siehst du? Zwei, siehst du? Zwei, siehst du falsch, oder? Geht Down. Ah, komm, 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 gut. Er fängt. F***. Hast du Shotgun dabei, Saschi? Nein. Ist auch noch Thompson dabei. Nicht so edel. Das sehen wir dann, wenn er länger überlebt. Shotgun spiele ich mehr in der League. Zwingere unterfordern. Ja, ja, kein Shotgun dabei. Zwingere. Aber willst du zum Ableinen hier? Ich finde es ein Gegner. Wo? Wo stehst du jetzt? Hier. Drei Leute, drei Leute sind es. Ja, ich habe gesehen. Seid ihr höher drauf? Ja, jetzt kommen wir jetzt bei uns rüber. Die schiessen. Einer ist beim Auto dort, was? Ah, da unten ist einer bei uns. Woher ist das? Bei uns. Geht los. Blades? Ja, da hatte er Blades. Komm da oben. Bei mir, bei mir. 14 Gänger. Wo bist du denn? Oh, Bonos, siebesessen. Was ist das? Ah, der richtige Arx. Sind ihr down? Down? Nein, ich frage ob ihr down sind. Nein, ich lebe einfach, ich lebe. Down. Ja. Los, was raus? Dort ist noch einer. Wahrscheinlich. Ja, da ist er da. Ich hab's nur die One-Shot. Das ist die Dave. Ich hab's nur die One-Shot. Ja. Ob da noch jemand kommt oder nicht. Das ist die Dave-Shot. Ah, ja. Wie kann man heilen, wenn man etwas hat? Er leist. Er leist nach oben aus. Ja. Er ärzt. Das fette Neuse-Antibiotika. Ah, du hast nichts gesehen. Ich hab's nicht gesehen. So, wir leben da. Plus, minus. Oh, er wird abgelehnt. Ich hab's nicht gesehen. Es wird auch gleich das Grauen. Mann. Scheiße. 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 Jetzt habe ich ein Problem. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Schnell. Ich hab's nicht gesehen. Es ist gut für Leute. Ja. Und eben auch so. Und auch noch dort. Ich habe keinen Plan von der Map, ich hätte es gerne, wo ich durchsäcke. Wenn ich jetzt aber nicht absäcke. Ich habe keinen Plan. Wolltest du abholen? Hier. Um zwei. Wolltest du abholen? Hä? Wolltest du abholen? Um zwei. Um zwei. Ich frage mich gerade was ich mache. Ich habe gerade nicht so grosse Wallen. Ja. Ja, das ist schlecht. Wir sind noch weit. Entschuldigung. Ich habe einen geholfen und nochmal looten. Das heisst, ich ziehe durch. Ich bin nichts. Ich bin nichts. Ich habe mal hergestellt von unten draus auf. ... aber ich kann es schon wiederuição wie ein pushes jetzt auf� anziehen. Gibt es Spass? Spass? Jetzt hat Spass die Union. Hat Spaß gemacht.